Oha, der Motor ist aber ein Glee hier, der Tank. Das sieht aus mit der Mütze auf dem Kopf, du le. Ach du le, du le. Noch mehr oder kann ich los? Warte, ich fang dir noch mal eins, wenn du was da auf. Dole, wo ist eigentlich das andere Fleisch, was du hattest, wo ist das? Ja, hier, so. Dole. In der Küche. Na ja, dann einmal bitte aufladen hier fix. Hatten wir bloß zwei Kanister, wenn sie kann, ist, hatten wir nicht mehr? Müssen wir mal vorn in den Truppen gucken. Muss ein bisschen sortieren, Dole. Ach, ist noch mehr? Ne. Hier ist auch kein Kanister mehr. Hier ist keiner mehr drin, ne, Dole? Bei der Säge? Das Ding ist ja voll. Ne, das Ding ist ja voll. Das kannst du da lassen, Dole. Du musst aber gucken. Das Ding ist doch knapp voll. Oder hatten wir hier vorne noch einen reingestellt, bei dem Holzding hier? Hinten vorne im Schuppen, vielleicht sieht es im Schuppen noch eine. Im Holzschuppen. Ah, wusste ich doch. Ich wollte gerade sagen, Amateurzodule, Fliegen kommen raus. Alозможно. welcoming. Nein. Auf slipped. Ah. Hinten. Okay. ktionو. wie sieht er bei mir hätten eine ganz schöne spurt auto hier also so wie so eine art schatten das nacht hatten und darauf stehen lassen du kannst du so machen oder du machst es runter und das geld geht weg mit der master der sind noch mal wenn ihr nur große große du bist ganz schön frech könnte dann gleich mal gucken was für kraft hmm so wie das hätte wie das traum umgefallen so dann gucken wir mal danke thomas für deine 5 also kühle kosten 650 eine aber schade dass die poppen oder poppen die irgendwann ja eigentlich nicht weil wenn es hier nur eine art gibt wahrscheinlich wahrscheinlich sind die kühe mehr oder weniger nicht für das fleisch gedacht sondern doch eher mehr für die milch 650 stück brauchen wir kostet eine hohe und dann wird das dann noch hier drauf ich produziere noch mal naja jetzt müssen wir erst mal du machst du hier in laden raub oder war der bild der bedroht gerade die angestellte mit einer waffe das nicht geht ja aber übrigens thomas wir warten immer noch dass du reinkommst du wolltest doch dass du noch mal reinkommen das ist ich komme nachher noch mal kommt danach gestern wollte er schon ein bisschen älter wird verwendet man denn der ist damit heute warte mal deswegen sind wir nicht losgefallen also wollten zum baumarkt genau das ist viel wichtiger er brauchen wir metall dann hat olo ja wohl recht thomas wegen alt und so wenn du eingeschlafen bist also dem mittag schlaf wie man hätte menschen macht doch immer mittags ich habe heute mit der schlaf gemacht ich habe ich musste zweimal hin wegen extra lackierung das klingt heute runter wie öl ich meine mein kollege war ja wo an es wurde getrennte baustellen mal gemacht damit wir freitag nicht arbeiten müssen habe ich da angerufen da ging natürlich wieder an seinem dreck sandy wollte naja dann habe ich die kunden angerufen ja ja so wie du zu uns ja ja so und so ja ja der arbeit der arbeit soll ich mal hingehen mit dem telefon ist ja mach mal bitte da ging er rein du dein chef mit dir reden ddr pfeil mit arbeiten scheiße 100 habe ich gesagt wie viel auch würde nochmal rüber du und du ist ja bei mir auch bitte nochmal rüber guck nochmal nach war mal metall habe ich gesagt 100 100 scheiße da geht das reicht ja gar nicht was meint jetzt für den für das tor brauchen wir erstmal nicht das ist unwichtig haupte 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 das fressding da erstmal so für das fressding brauchst du 50 mit zement 50 zement 50 zement also einen tag hier habe ich und 125 metall sind wir bei 1550 dann haben wir noch 105 aber ja ja überhaupt die wort verkauft bei der bürgerbude oder ich bin der spiel auch nicht zum ersten mal du ja du bist vergesslich hallo bin noch nicht thomas entschuldigung thomas na gut also kommen wir das jetzt ja wir brauchen es ja ja hier ist ja noch fleisch in produktion das können wir ja auch dule hör mit dein gezwitscher auf junge bin doch hier kein und so der hat vielleicht schon zu viel ne jetzt weiß ich warum wir kein geld mehr haben du leider hat wieder so viel getankt das ist es dule du schlingel ich dachte ich bin schneller im los ja das richtig bin klar aber ich will wegen her lange weile ab thomas werde ich mein mein servicer einfach wegreisen wo muss ich jetzt überhaupt tun fahrer verkehrt und und ja 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 Da kommt der Name. Da kommt der Name. Da kommt der Name. Und bitte. Oh, wächst er mich? Nein, mach ich dafür ein Quatsch. Zack, Turm ist fertig. Nicht genug Geld. Ja, hier ist noch eine Kiste. Hier ist schon wieder eine volle Kiste. Mit deinem Gezwitscher, ist das Wadule? Wie so ein kleiner Diebe, habe ich so ins Fenster die Tonne rausgenommen. Ich sehe gerade beim Bepacken, ich sehe da wie ein Hinten klaut. Ich weiß, ich habe es ja gesehen, dass da wo es drei drinne war. Dann klaut mir das nicht. Oh Mann, hier alle, oh alles leh hier. Dule Komorani. Ach Scheiße, was mache ich denn? Nimm das Ding in die Hand und geht zum Schrank. Ach, geht gar nicht. Was ist das für eine Scheiße, wieso geht das denn nicht? Ja, komisch. Das ist ja doof. Warte mal, wenn man die auf den Boden legt, warte mal. Ach, dann gehts. Musst du auf den Boden schmeißen. Ich kenne die Hälfte, gerade das hingehängt. Hier. Halt Döö. Die Hälfte. Das Haus hängt noch weg. Die müssen auch fertig sein. Da hängen noch weg? Ja, die müssen auch fertig sein. Die im Haus sein. Jetzt muss Dule mit dem Fleisch hinterherlaufen. Wer parkt dann das Auto so beschissen vor der Treppe? Nur steck doch mal ein Typ. Du bekommst, achso, Hummer, Hummer, bitte noch mal ein Dings. Ein Kübel hier, so ein Eimer hier, so ein Kloppertink hier. Ja, genau. Na. Ja, alle leer. Das Ding voll. Mit Stoß mit dem Lern. Komm, Junge. Da stell dir mir das volle Ding hier hin. Ach, Dule. Ich hab schon eine. Einfach auch gucken, genau. Punkt. Und E-drücken, was? So, genau. Ach, hier ist noch eine Wurst. Das ist eine Wurst, hab ich noch. Warte. Tack. Gasse. Wo willst du denn hin, Dule? Aber das liegt hier in den Schränken, rucki-zucki. Hier sind wir fertig. Hier sind wir fertig. Ja, hier haben wir noch ein 35er Sack plus. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch mal mit Metall und Dings. Wir müssen noch. Dann warten wir. Die TV, die wir erstmal haben, wir doch hier nicht fällt. Ja, hier sind wir gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen noch ein bisschen sortieren hier, irgendwie, ich glaube nicht, dass wir hier, erstmal nämlich das runter hier, weil ich glaube, sonst kriegen wir hier Ich glaube, da passt eh nur eine drauf, eine Kuh Eine Kuh bloß? Ja, ich glaube, zwei Schweine, eine Kuh Haben wir noch Futtersäcke für das Pferd? Weiß ich nicht Warte, ich guck mal Mich weglaufen da rum Hier läuft noch ein Schweinchen frei rum Hey, du sollst das Hä? Hä? Das funktioniert ja gar nicht Was denn? Drücke Eh, Tier transportieren Eh Oder passt da keine Kuh drauf? Dieses Tier passt nicht Oh, echt jetzt? Ups, ich hab das Tor aufgelassen, jetzt ist das Pferd weggelaufen Tja, dann müsste jetzt einer versuchen, das Ding bis zum Shop zu suchen Und so Äh, bis zum Shop, sag ich schon Bis zum Haus Ich seht ja noch ein paar Säcke hier stehen Hä? Hatten wir das nicht mit dem Auto hier gehabt? Ja, aber Athen, aber Athen, dann lassen Athen eine Kuh Ja, du, wenn du jetzt genau so da hochläufst Läufst du genau da hin Warte mal, ich fahr mal zum Autohaus Das war ja gleich hier vorne Und wenn er wiederkommt, kann ja einer schon mal mit dem Pferd reiten gehen Ach, läuft da noch ein Schweinchen frei rum, ja? Ja Das heißt wohl vorher irgendwo hinzufangen Wie das wohl passieren kann, du? Na, wenn es eingefangen hätte, wäre es nicht passiert Mhm Das wäre gar nichts passiert, wenn man uns so So So, dann gucken wir mal Ja, äh Ja, ich bin fertig Ja, ich bin fertig Vielen Dank.